Nahtloser Übergang, nahezu. Ne, wir kommen zu Glitchplay Terraria und ich hab hier immer noch dieses Heugebilde und wir wollen noch da Dingens suchen. Da, mein Levitar ist zu voll dafür. Schwingt ja Ding, Ding, Ding. Nein, das werde ich nicht machen. Für immer. Auf ewig. Auf ewig. Auf ewig. Ich hab immer wieder so viel Scheiße im Inventer. Das sind die Tränke, die ich immer bauche. Das sind so scheiße viel Tränke. Ja, scheiße viel Tränke. Nein, nein, das kommt da nicht rein. Das kommt da rein. Das kommt da auch rein. Und hier... Und hier... Erbrochenes... Kommt hier rein. Eichel. Geld. Federn und Sterne, Sterne, Sterne kommen hier rein. Stars, dann... Hier kommen die Federn rein. Weil die ja auch nicht Hardmode sind. Spenden Ding, 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 Ding Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was was ist. Brauche ich Palladium noch? Palladium suche ich mir dann, wenn ich es mal wieder brauche. Da oben kommt etwas, was mir nicht gefallen möchte. Da drüben ist Orichalcum. Ah, und ich habe keinen Chain Potion mitgenommen. Verdammt. Da habe ich wohl nicht richtig mitgedacht. Da habe ich mich. Ich glaube, ich werde mir wieder eine Spitzhacke machen. Zwar nicht jetzt sofort, aber irgendwann. Wo ist noch mehr Orichalcum? Wo ist noch mehr Rohr? Wo ist ein Sprung an? Wo ist noch mehr oder da? Wo ist noch mehr? Wo ist noch mehr Respekt? Wo ist noch mehr so? W have no mehr? Mostly exceptkwuroud- und wachsen. Pisch dich Mann, da unten ist wieder so ein Bogenschütze Ein Sniper, die Snipern Nein, leck mich Leck mich Oh Gott Meins Ich führe noch einen Vor wenig Urichalkum So, ich sehe jedenfalls keins Oh, Kostalle Aua Nein Boah, der hat mich fast erwischt Fast Fast aber nur Da oben ist Urichalkum Direkt neben der Lava Verdammt Auf nach da oben Ja, einen Obsidian-Trank habe ich noch Ahal Äh, dann hier aber einen Lopfen bauen Dass die Lava da abfließen kann Und einfach mal das gesamte Urichalkum Abgreifen Ich bin immun dagegen Ich bin immun dagegen Schauen, ob die Lava auch wirklich abfließt Äh, äh, hier war ich noch nicht Das war ein Amizist Das ist Adamantit Das ist Adamantit Meins Oh, da oben ist der Zauberer Da oben ist der Zauberer Was hast du für mich? Aweezer Z Ja, leck mich Du bist uninteressant Ja Ja Ach komm Nein Oh nee, L Oh man, hier ist so viel Was mir Schaden machen kann Und mit Schaden meine ich richtig viel Schaden Äh, am besten grabe ich mich hier einfach mal darüber Da komm ich an Adamantit Und ich muss auch mal mehr kommentieren Denk mir so Äh, äh, eher denn das abbauen Okay. Steine. 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 Wenn Tor The Wizard ist. Steine. 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 Cloud in der Balloon Bottle Ich Balloon Trank schlucken Direkt Die sind ja nur am stöhnen Äh Wo ist Orecha? Da oben ist doch Adamantit Lass mich in Ruhe Du Drogenmonster Und hör auf Drogen zu nehmen Woa 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 Ich bin hier Alter. Das Geräusch geht mir so auf den Pistos, ich habe keine Lust mehr zu kommentieren. Ich habe mir da gesagt, äh, 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 nein, Dory Illuminaten, Drogenvieh, da, hässlich. Ich werde mich echt mal dran machen, richtige Tränke zu machen. Es gibt ja im Hartmut diese neuen Monster und von denen kriegt man Sachen und aus diesen Sachen kann man sich dann, äh, ähm, neue Sachen machen. Dann kann man sich dann bessere Tränke machen und mit diesen besseren Tränken kann man dann auch länger überleben. So, bist du noch mehr Adamantite? Oh nein, Sand. Hilfe. Ihr Illuminatenviecher. Halt auf Drogen zu nehmen. Dann auch immer hartnäckiger. Ich hab eine, äh, äh, die Drogen zu nehmen. alter alter so alter so jetzt bin ich wieder hier und jetzt muss ich nach was die aus mir rausgeist wo ich halte möchte ich haben wo ein goodie bag rotten egg da unten ist eine mimic die ich haben möchte ach shit 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 drücken ja so viel schaden raus gut ah ein kompass gut 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 kompass 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 und scheiße viel geld so zauber ausrüsten und der mimik einwürgen so ein philastrophar stone aber trotzdem nicht das item das ich haben möchte philastrophar stone reduces the cooldown of healing potions also anstatt eine minute nur noch 45 glaube ich anstatt einer minute nur noch 45 sekunden so rum das ist palladium oder ja ich glaube schon trotzdem war ich es ab und 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 so hoch spike titan glove Nee, immer noch nicht das, was ich habe. So. Aber wir haben schon 25 Gold. Hallo. So, und jetzt erstmal das gesamte Erz umwandeln, das wir so haben. So. Äh. Oh, zwei Battle Potions. Ah. So. Äh. Adamantit. Orichalcrum. Palladium. Äh, dann kann ich auch ein paar Items wieder hier reinlegen. Zum Beispiel. Das da. Das da. Das da. Das da. Und das da. Alles Items, die man hier anziehen kann. Hier bei Accessoires. Und erstmal schauen, wie viel Rüstung ich mir machen kann. Was habe ich mir aus dem Orichalcrum gebaut? Ach ja. Das hier. Ah, Orichalcrum Drill. Ich weiß jetzt nicht, ob ich echt offline farmen soll, gehen soll. Keine Ahnung. Oh, da hoffe ich mir alles. Ah. Eine Adamantit. Pickaxe. Hmm. Oder ein Drill. Pickaxe. Drill. Pickaxe. Und ein Repeater. Repeater. Äh, aber für die Rüstung braucht man auch so scheiße viel. 12, 24, das sind 36, 36 plus 18, das sind 54. 54 davon braucht man und ich hab nur 36. Ich weiß nicht, ob ich mir die Spitzacke machen soll. Ach doch, ich mach mir die Spitzacke. Äh, da möchte ich mir aus dem Orichalcrum schon mal die Maske machen und die Beine. Und einer meiner Freunde spielt Gary's Mod. Das hat doch mal ein Schirm auf mein Gehen. Hehehehe. 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 Ich fahre komisch aus, die Maske. Und ich weiß nicht, warum. Palladium. Adamantit. Oracum. Palladium. Was muss ich mir aus Palladium denn noch zu machen? Also, äh. Das Ding hin habe ich. Mal gucken, was ich mir sonst so aus. Den gesamten Zeug machen kann. Ich weiß, das ist Verschwendung. Aber ich brauch's trotzdem. Pickaxe. Habe ich schon. Waraxe. Äh. So, äh. Repeater. Repeater? So, jetzt hab ich mir alles aus Palladium gemacht, was es so gibt. Äh, das da. Das da. Äh. Das, das, das. Das, das, das. Das, das, das. So. 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 Da kommt dann hier. Das, das Ding hin rein. Komm, die Sachen aber warten. Ach, du heilige. Kacke. Ich hab's. Okay. Ich bin immer in so einem Aufnahmeflow drinne. Dass ich gar nicht mehr aufhören kann. Das ist voll schlimm. Hier kommt ich hier rein. Na ja, dann würde ich auch einfach sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut raus. Aber eins möchte ich noch schauen. Eins möchte ich noch schauen. Eins möchte ich noch schauen. Äh. Starkennen. Megashark. Starkennen. Megashark. Megashark. Äh. Illegal Gunpart muss ich mir noch kaufen. Sharkfins habe ich, glaube ich, schon genug. Äh. Die sind 25 Gold anstatt 75. Das finde ich voll sozial. Und Souls of Might. Äh. Dazu muss ich den Destroyer töten. Und den Destroyer habe ich momentan auch keinen Bock dazu. Den zu töten. Joa. Und ich will jetzt einfach mal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut raus. Tschüss. Tschüss.